Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Plotly, auch wieder Plotly Express heute und zwar mit einem relativ einfachen Thema Histogramme. Ich weiß, es kommt spät, aber es ist ein nützliches Thema und sollte definitiv hier drin nicht fehlen. Und davor muss ich noch ganz kurz sagen, ich habe jetzt hier mehr als 14 Tage nicht aufgenommen, weil es ging einfach zeitlich nicht. Aber ich hoffe, dass es für euch okay ist. Ich werde jetzt allerdings nicht mehr genau wissen, was wir in den letzten paar Videos gemacht haben. Deswegen bitte verzeiht. Aber was wir heute machen wollen, ist nichtsdestotrotz ein schönes Thema, um wieder reinzukommen, auch für mich natürlich. Und hier haben wir Plotly Express schon importiert als Plotly.express.spx importiert und das wollen wir hier direkt in dem 8. Datensatz nutzen. Wir nutzen hier nochmal den Datensatz, den wir hier oben schon irgendwo genutzt haben. Hier ist er, Data.tips, denn Data.tips enthält so schön viele Sachen, die man irgendwie histogrammartig ordnen kann. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Und jetzt gibt es hier mehrere Arten, wie man das machen kann. So, wir sagen jetzt erstmal px.data.tips. Okay, das ist unser DataFrame 8 und wir wollen uns hier jetzt unsere Figure 8 bauen. Und zwar als Plotly Express.histogramm. So, und das ist eigentlich schon mehr oder weniger simpel gemacht. Wir packen jetzt einfach unseren kompletten DataFrame rein. und jetzt können wir hier ganz einfach sagen, nach was wir eigentlich zählen wollen. Wir haben jetzt hier natürlich einen Haufen, Haufen Optionen, was wir zählen wollen genau. Und wir sagen hier erstmal, okay, wie sieht es hier mit der insgesamten Rechnung aus? Machen wir doch mal die Rechnung rein. Und hier muss natürlich auch wieder der Name der Tabelle rein, das ist klar. Und anschließend natürlich Figure 8.show, das sollte auch klar sein. Nicht wundern, ich mache hier die 7. wieder raus, die brauchen wir gerade nicht mehr. Und dann können wir das ganze Ding schon starten. Ja, ich sollte natürlich hier auch DataFrame 8 nehmen, es tut mir sehr leid. So, und dann sehen wir hier auch schon, wunderbar, hier haben wir eine kleine Übersicht, wie teuer die jeweiligen Rechnungen waren und wie viele Rechnungen wir vor allem haben. Genau das machen Histogramme. Sie teilen sozusagen alles immer ein, das heißt, hier fangen wir bei 2 an und gehen bis 3,99. Hier fangen wir bei 4 an und gehen bis 5,99. Und wir sehen, hier hat es jeweils nur eine einzige Rechnung. Das heißt, so günstig ist eigentlich kaum was. Klar, wahrscheinlich vielleicht ein Kaffee oder sowas, aber mehr nicht. Die meisten Rechnungen befinden sich eigentlich, und das kann man hier instant sehen, im Bereich 12 bis 13,99 und 16 bis 17,99. Ein paar wenige sind im Bereich über 40 und ganz wenige sind auch im Bereich über 50. Genau zu sagen, nur eine. Also es sind wirklich nicht viele Rechnungen. Wir sehen hier eigentlich eine relativ schöne Verteilung. Da könnte man jetzt auch schön mathematisch sagen, wir legen hier vielleicht eine Gaussglocke drüber, eine Gaussverteilung oder sowas, mit Mittelpunkt hier irgendwo, wobei witzigerweise der Mittelpunkt hier wahrscheinlich eher das hier wäre. Aber das müsste man jetzt genau ausrechnen. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal eine grobe Idee, was da eigentlich drin vorkommt. Sowas ist natürlich auch wichtig, wenn wir irgendwie wissen wollen, wie unsere Daten verteilt sind. Denn eine KI zum Beispiel, wenn ihr damit was trainieren wollt, eine KI braucht immer ungefähr eine gleiche Verteilung. Das heißt, die können schlechter gehen und sagen, ich möchte jetzt genau nur das haben oder ich möchte genau nur das haben. Und deswegen, ja, sollte man sich vielleicht auch angucken, wie sind denn so die eigentlichen Datenpunkte verteilt? Sind die wirklich aussagekräftig oder haben wir eine einseitige Verteilung? Und hier könnte man zum Beispiel sagen, okay, wie sieht es denn mit unserem Tag aus? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das errechnen wollen, beziehungsweise nicht errechnen, sondern erarbeiten wollen, wie hoch die Rechnung in der Zukunft vielleicht sein wird, dann wäre vielleicht auch interessant, haben wir denn eine ungefähre Gleichverteilung der Tage? Und Spoiler, haben wir zumindest ganz grob mit Ausnahme von Freitag. Freitag sind sehr wenige Datenpunkte da. Donnerstag sind 62, Samstag 87 und Sonntag 76. Das ist doch schon mal aussagekräftig. Das heißt, wir müssen noch ein paar mehr Daten für den Freitag sammeln. Oder wollen wir vielleicht rausfinden, an welchem Tag das Ganze stattfinden wird in Zukunft? Naja, dann werden wir wahrscheinlich mit sehr, sehr niedriger Chance wirklich Freitag sagen. Aber solche Sachen sind natürlich auch möglich. Also das heißt, wir können uns quasi wirklich aussuchen, welche Sachen wir da printen wollen. Natürlich wie immer auf der X-Achse ausgewählt, einfach hier. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und zwar auf Total Build. Ich starte das nochmal ganz kurz und möchte euch dabei was zeigen. Denn wir haben hier natürlich auch eine Situation, die automatisch erstellt wurde. Wir haben hier immer in 1,99 Euro-Schritten oder Dollar-Schritten gerechnet. Das bedeutet, wir haben hier von 2 bis 3,99, von 4 bis 5,99 und so weiter und so fort. Wir haben hier immer in diesem 1,99 oder eigentlich 2 Dollar-Abschnitt gerechnet. Das Problem ist jetzt hierbei natürlich, das kann sinnvoll sein. Das hat Plotly für uns automatisch entschieden. Das muss aber nicht immer sinnvoll sein. In dem Fall ist es eigentlich ganz cool. Aber wir können das natürlich auch selbst anordnen. Zum Beispiel, wenn wir einfach sagen wollen, hey, ich möchte jetzt wissen, wie viele Leute haben unter 10 Euro was gezahlt oder über 10 oder genau auf 10 bis 20. Naja, das kann ich durchaus machen. Und zwar muss ich hier hinten dran einfach den Parameter Number of Bins, N Bins angeben. Die Dinger nennen sich jeweils Bins. Und wie viele Bins wir haben, das können wir selber entscheiden. In unserem Fall können wir zum Beispiel sagen, wir wollen gerne 5 haben. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Naja, mit 5 Bins haben wir natürlich hier von 0 bis 9,99, von 10 bis 19,99, von 20 bis 20,99, von 30 bis 30,99, von 40 bis 49,99, sorry. Und natürlich von 50 bis 59,99. Das heißt, damit können wir das in diesem Fall, weil wir jetzt den Datensatz kennen und wissen, bis wohin der eigentlich geht, können wir natürlich sagen, okay, gleich verteilt bitte da einmal aufteilen. Aber eine Sache ist vielleicht jetzt hier nicht mehr ganz so übersichtlich, wie wir hier sehen können. Und zwar, naja, die Zahlen sind sehr, sehr nah beieinander. Deswegen kann man, falls man das möchte, auch wirklich ein separates Histogramm erzeugen. Das geht allerdings ein bisschen umständlich. Und zwar kann man das nicht direkt machen, sondern man macht das hier über Update Layout. Update Layout und dann sagen wir hier einfach eine Bar Gap. Bar Gap ist gleich. Und jetzt können wir hier angeben, wie groß soll denn eigentlich unsere Bar Gap sein. Ich mache jetzt mal 1,0 hier rein, dann seht ihr, was das eigentlich genau tut. Entschuldigung. Und ja, jetzt sehen wir hier, naja, das Ding sind jetzt hier eigentlich nur noch Striche. Das heißt, 100% des jeweiligen Platzes, den wir hier einnehmen lassen, sind jetzt eben von unserer Gap. Das heißt, von dem Platz dazwischen eingenommen. Das heißt, ihr gebt hier quasi prozentual an, wie viel ihr von dem Platz abdrücken wollt an eure Gap. Und naja, 1,0 ist hier der Maximalwert, der noch einigermaßen Sinn macht. Ich würde euch eher sowas empfehlen wie 0,1, sodass man einfach sieht, es sind separate Dinge und die kann man hier verwenden. So, ich finde das eigentlich eine schöne Darstellung. So kann man das Ganze auch gut erkennen. Okay, ja, jetzt haben wir natürlich hier immer noch relativ viel in dem Bereich drin. Das ist auch ganz gut so. So, und jetzt fügen wir hier noch ein paar mehr Informationen hinzu, würde ich vorschlagen. Und zwar, was passiert denn, wenn wir hier nicht nur die Total Bills und die Number an Binds stellen. Ich will ja hoch auf 10, nur damit wir sehen, dass es diesen Parameter gibt. Aber wir können hier selbstverständlich auch noch was anderes machen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt gehen wir eigentlich von dem klassischen Histogramm, das eigentlich nur zählen kann, weg. Und sagen, was wir eigentlich ganz gerne wirklich da stehen hätten. Und zwar, Y setzen wir einfach mal auf die Tipps. Das heißt, wie viel wurde eigentlich jeweils getippt? Also, wie viel Trinkgeld gab es zu dem jeweiligen Teil? Und das wird jetzt sehr, sehr spannend. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, sehen wir, wir haben jetzt nicht mehr die Menge an jeweiligen Anzahlen. Das heißt, wir haben nicht mehr, wie viele gab es denn hier, die in diesem Bereich bezahlt wurden? Und wie viele Bills waren das? Sondern wir haben hier für eine Bill, also für eine insgesamte Rechnung zwischen 15 und 1999, also diese 5 Euro quasi, wurde insgesamt über alle berechnet, also über alle, die in diesem Bereich fallen, wurde eine Spende, ein Trinkgeld von 186,4 Dollar berechnet. Das macht jetzt natürlich nur so viel Sinn, wie, also wenn man natürlich die Relation hat, wie viele das tatsächlich auch sind. Und das kann man natürlich auch ausrechnen. Allerdings, ähm, nicht ganz so unproblematisch, sorry dafür, ähm, das geht leider nicht so direkt. Man muss hier ein anderes Verfahren anwenden, um hier tatsächlich rauszufinden, wie viele, also als Zahl das sind. Das berechnet JavaScript für euch, ähm, und wenn ihr wirklich den Count haben wollt, sprich nicht irgendwie Y gleich Tipp, sondern den, den üblichen Count haben wollt, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, ähm, für diesen Count hier, den wir hier gerade sehen, auf 67, das ist halt leider so nicht einfach berechenbar, ähm, weil, naja, man, man kann es halt leider einfach, es wird von JavaScript berechnet, es geht leider nicht so ohne weiteres. Wir gucken uns das noch an, wie man das machen kann, aber es ist ein bisschen umständlich. Aber gut, für jetzt lassen wir es mal so hier stehen. Und, ähm, wir können aber noch mehr hier tatsächlich reinpacken. Wir können nämlich auch noch eine Color hinzufügen. Und das ist jetzt das Coole dabei, wir können hier zum Beispiel Color ist gleich Day einfügen. Dann haben wir gleich je nach Tag kategorisiert, wie viel Trinkgeld aufsummiert gegeben wurde. Und, äh, hier sehen wir dann das jeweilige Trinkgeld. Das heißt, am Sonntag ist, ähm, ist bei dieser Bill hier am wenigsten Trinkgeld bei rausgekommen, zumindest aufsummiert. Wie, wie gesagt, bitte bedenkt, dass wir hier die Summe über alle Sachen drauf haben, ja. Es kann auch einfach sein, dass wir insgesamt weniger Rechnungen in diesem Bereich ausgestellt haben am, äh, Sonntag. Aber am Samstag ist die Summe der insgesamten Trinkgelder höher gewesen, um 10 Dollar oder sowas. Kann man natürlich ausrechnen. Hier sind es 66,57, ihr seht das, und hier sind es 53. Das heißt, das kann man hier tatsächlich auch sehen. Wir können aber auch zum Beispiel den Vergleich zwischen Mann und Frau wieder mal herziehen, um ein bisschen Sexismus zu promoten, ne, ganz toll. Und, äh, hier einfach mal das Sex eintragen. Und dann sehen wir hier, ist natürlich nicht ernst gemeint, ich hoffe, ihr wisst das. Ähm, aber, ja, äh, dann sehen wir hier, dass die Männer zumindest in diesem Bereich deutlich mehr Trinkgeld gegeben haben. Aber es kann, wie gesagt, auch einfach daran liegen, dass die Männer deutlich mehr Rechnung in diesem Bereich bezahlt haben. Wie gesagt, das kommt immer darauf an. Und, ja, diese Daten sind jetzt ohne diese Relation des Histogramms, das heißt der insgesamten Anzahl, relativ, ähm, nicht so eindeutig zu sehen. Deswegen gibt es auch noch Möglichkeiten, das Ganze zu normalisieren. Die gucken wir uns aber nächstes Mal an. Ähm, ja, das war es eigentlich für dieses Mal auch schon. Heute, wie gesagt, nur das Histogramm gemacht, kurz, und es gibt einige Optionen dafür, die man hier verwenden kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.